Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir haben Uran. Uran, Uran, Uran. Uran. Uran, Uran. Sioni baut jetzt Kraftwerke. Uran, Uran. Und zwar da, hier so fette Teile, ne. Da haben wir ja gesagt, pass mal auf, wir bauen da einen ab. Und dann klatschen wir mal hier den T3-Reaktor hin. Den, ja, T2-Reaktor. Okay, alles klar. Da brauchen wir nochmal Wasserflaschen und einen Schwarzpulver. Schwarzpulver. Äh? Äh? Ah, ha, ha, ha. Da ist das. Da hab ich gemacht, die rein, ja. So, und dann dreimal Wasserflasche, das wär auch ganz cool. Und wenn ich jetzt einen davon abbaue, müsste ich ja einen großen bauen können, ne. Schau mal, ich will eigentlich hier hinten den abbauen. Den hier, ne. Alter, was bist denn du für ein Oschi? Alter. Ey, das ist ja groß, ne. Das ist richtig groß. Wie sieht's jetzt aus? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Gib mal, die vier kleinen haben gerade mal 15 mehr, oder noch nicht mal, 14,5 mehr als der große. Ha. Da beugt er nochmal ab. Da beugt er nochmal ab. Ne, ist ja easy. Easy peasy. Zack. 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 Oh. 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 Ey. Nicht weggehen. Bitte, Nioh, geh weg. Ja. Warte mal, warte mal. Ich muss mal das Fressen noch wegpacken. Irgendwas wollte ich noch machen, eigentlich. Ich hab doch hier meine Essensdinger noch hingebaut. Da. Da ist ja die Dings drin. Okay. Dings. Meine Freundin würde sagen, hm, ist klar, Dings. Und mich verarscht immer, wenn ich sage, Dings. Aber was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. So. Ne, mal. Meine Gätsi hier noch so einen fettenen Bauer. Dann bin ich aber hier. Ach, noch ein Schwarzpulver. Ja, irgendwas war. Hier. Ah, ich bin zu voll. Ah, dann können wir ja draußen den einen dann aufgeben, ne? Ja, wollte ich schon sagen. Hebt um auf. So. Jetzt aber. Jetzt sehe ich meinen Goodstar. Papam. Wow. Und den können wir erst mal abbauen. Dann ist das ja ziemlich geil. Äh. Ich würde ja gerne. Vielleicht. Eventuell. Hm. Für was brauchte ich nochmal? Ah, hier. Für den Eigengenerator. Stimmt ja. Ein Bio-Klump. Klop. Ein Bio. Oh Gott. Ein Bio-Klumpen. Kann ich noch gar nicht nehmen. Ach. 13%. Ich werde bekloppt. Das ist aber. 13 ist viel. Das ist mehr als. Andere. Zahlen. So. Aber ich mach mal. Das ist ein bisschen systematisch. Schätze ich hier. Ah, nur ein Stück. Die Hänge wieder voll gemacht? Nö. Ach, weil ich da ohne Aubergine reinhauen wollte, ne? Wahrscheinlich nicht. So. Wozu können wir denn... Also ich mach da erstmal noch Aubergine rein. Einfach so, weil wir können. Weil ich mir einfach denke, Aubergine fetzt einfach, ne? Das ist ja fast wie Gina. Und dann ist das logisch und einfach gut. So. Gut, für ne Rakete. Ich werd, glaub ich, schon mal eine bauen. Solange wir jetzt da noch auf die Oberts und Gina warten. Hier hätten wir wieder Wasser. Wie schnell wir hier nach oben können, ne? So. Und Kobaytski. So. Und dann können wir das ja eigentlich machen. Will ich aber noch nicht. Weil wegen, äh, eventuell, qualitativitäten. Und, ähm, deswegen. Wir bereiten die einfach vor. Jetzt wird die hier schon mal gebaut. Start verzögert sich noch wegen schlechtes Wetter im Cape Canaveral. Eigentlich sieht's ja gut aus, ne? Aber, ich weiß ja, wie's. Ja, jetzt ist sie fertig, geil. Geil. Geht mal her. Und jetzt kann ich hier wieder neu reinballern, ne? Zack. Zack. Und jetzt können wir hier, brauchen wir eigentlich nur Bio und Magnesium. Also Magnesium. Zack, zack. Und Bio-Klumpen. Und Bio-Klumpen waren eigentlich hier hinten. Zack, zack. Und jetzt, äh, müssen wir was bauen können, ne? Zweimal, zweimal, zweimal. Haben wir alle bei, ne? Jo. Geil. Und wir machen das aber, machen wir das hier? Oder, ja, eigentlich würde ich das immer sehen, was passiert, ne? Aber hier sammelt sich ja auch schon Wasser. Ach, ist das schön. Unser Flüsschen wächst. Aber hoffentlich bleibt das nur noch ein Fluss, ne? Nicht, dass das hier ein reißendes Ufer wird. Ich würde das eigentlich hier drin rauchen. Ja, dann seh ich das mal, was hier passiert. Maiko. So. Und den anderen hauen wir hier mit drin. So. Und wenn das jetzt hier nicht richtig geil wird, dann weiß ich auch nicht. Wachstum 0%. Gesundheit. Biomasse. Aber passiert nicht viel. Kann ich hier noch irgendwas drücken? Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Aber wir können ja mal gucken, wie Biomasse müssen wir denn eigentlich kloppen, damit wir dann wieder ein neues, ähm, Update-Ous haben. Hier, bei 25... 25... Ach, du meine Güte. Wie viel muss ich denn da noch machen? Viel zu viel eigentlich. Ähm... Ja, da wechseln wir ein bisschen, aber das ist ja viel zu wenig. Wir können ja... Na... Das ist ja wirklich nur das, was wir bauen können. Und den Grasstreuer. Mehr ist ja gar nicht. Mehr macht nicht. Das ist eins hier, was vielleicht sein könnte. Ne, wird auch nicht gehen. Ich glaube, wir holen uns jetzt dann nochmal Uran hier, wie ein Weltmeister. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein Kraftwerk dahin klopfen, weil ich bin einfach, äh, weiße, ich bin da... Letztendlich bin ich froher, wenn ich, äh, safe bin, als wenn ich denn irgendwann wieder auf die Schnauze falle. Deswegen hier Push the Buck. Los geht er. Ich nehme mal einen Schluck. Wir gucken da nochmal zärtlich zu. Ich möchte mal gerne das sehen, oben, wie der gravitative Einfluss ist, dieser Rakete, dass der sagt, ey, pass mal auf, nur Kometen mit Uran. Oh, der kommt aber ziemlich mittig jetzt, ne? Oh, der geht da hinten rein. Oh, die fliegen aber alle da hinten hin, ne? Okay. Dann wissen wir ja, wo ich suchen kann. Aber alles bin ich in einer Ebene, ne? Jo. War's das? Oder kommen da noch welche? Was soll der denn hinnehmen? Der war ja ganz daneben. Okay. Weil, ich hab ja nie geträumt. Hier ist er irgendwie in einer, in hier flogen. Was ich mir ja auch frage, wenn der jetzt angenommen, sonst wohin geht, ne? Also der sagt jetzt, ey, pass mal auf, ich fliege hier in Usbekistan, ne? Und ich komme später mal da vorbei. Kriege ich den denn noch oder kriege ich den denn nicht? Sondern wie kriege ich dich denn hier? Er kriegt dich niemals. Hier, äh. Okay. Den kann ich auch niemals kriegen. Ich mein, da liegt auf jeden Fall nur in einer Freierung. Boah, mit dem Wasser ist aber beruf, ne? Wenn jetzt hier so ein Wasser drin ist. Achso, ich bin schon vorbei. Ach, ach, wir sind ja hier in Sammelduett. Was macht ihr denn alle? Kommt doch hier, kommt doch hier. Wir machen eine Gang auf. Wie ne US-Truppe. Und nenn uns denn Uranus. Ja, ich hab ewig dafür gebraucht. Also ich saß vorhin schon da und hab so gegrübelt, wie ich das am besten jetzt hier so verkaufen kann, das Ganze. Und dachte mir dann so, jo, dat ist der passende Moment. Einen Witz von 1992 jetzt dazu verwenden. Oder eigentlich, was heißt ein Witz? Ne, ich hab den Spruch mir damals ausgedacht. Und dachte mir so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den jetzt mal zu bringen. Ne, aber wenn da hinten jetzt, da sind ja auch ein paar niedergegangen, ne? Wenn ich jetzt mich entscheide, ey, pass mal auf. Ich bin da jetzt in drei Folgen nochmal. Zum Beispiel auch nachgespeichern, meinetwegen. Und, äh. Ob denn das da ne rumliegt oder verschwindet, dann wieder. Das wäre eigentlich so eine interessante Sache, die ich gerne wüsstete. Okay, hier liegt nichts mehr. Da sehe ich hier nichts mehr. Und auch hier unten noch. Geil. Weil wir es ja unter 15 Uhr angehe ich hier eh nicht weg, ne? Am besten wären ja 27, damit ich da drei Stäbe rausballern könnte. Aber ich glaube, so viel Glück wären wir nicht haben. Ja, da oben ist ja auch was drauf. Ja, da oben ist was draufgekommen. Das weiß ich noch. Er hätte ich das natürlich auch gerne. Hydra? Okay, ein Problem. Ich bin die Hydra. So, hier von Avengers, ne? Käpt'n Amerika, der kämpft gegen die Hydra. Bin mir relativ sicher. Was die Organisation so heißt. Oh. 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 Ich würde raten. Oh yeah. Ich habe doch hier noch was Leuchten gesehen. Saatgutstreuer. Okay. Das wäre natürlich jetzt auch so eine Möglichkeit, bei der ich sage, geil. Oh, geh mal. Hier ist ja hoferzingepflogen. Na, solange ich mir jetzt nichts hier kaputt macht. Ist das Ganze völlig okay? Aber ich werde... Da oben ist auch irgendwas hingepflogen. Aber ich werde da niemals hinkommen, ne? Ich würde aber hin. Oh, ich muss auch schon. Erstmal machen und dann holen. Ein Kobals gefällt. Aber viele ist nicht. Ich könnte jetzt hier einen herstellen. Und das war dann auch schon, ne? Oh ne, zwei sogar. Ganze zwei in zwei habe ich über. Wie sieht's denn da hinten eigentlich aus? Ist da jetzt hier schon ein bisschen... Oh, kipp mal da. Okay, oh. Ich will ja irgendein... Oh, hier ist es auch abgestürzt. Ey, hier muss man öfters mal gucken gehen, ne? Wo das hier hinballert. Irgendwie macht das so süchtig, ne? Ob das hier irgendwie auf der Jagd nach Glühwürmchen oder so. Ich will ja klipp und klammer sagen. So, gut. Ähm. Ich weiß nicht. Eigentlich sieht es ja aus, so können wir von da... Irgendwie nach oben. Oh. Kipp mal. Krass, ey. Okay. Okay. Der wird doch mich jetzt hier nicht hochlassen können, oder? Oh, doch. Ist das eine Geheimschluchtkante? Ich will da nicht runter. Ich... Nee. Das ist bestimmt hier mein Tod oder sowas. Hier kann man gut gucken, wo noch was runtergefallen ist. Könnte man gucken. Jetzt, wo ich hier oben bin, will ich hier eigentlich bauen, ne? Aber der Weg ist immer so beschissen. Ich mag irgendwie bergen. Nee, ich glaub, hier ist denn... Oh, nee, 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 nee. Nö, 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 nö. Ey, Entwickler. Ich hab da... Ich hab da ne geile Sache bei euch gefunden. Oder wird aber hier noch ne fette... Fette Sache. Das ist ja halb unter Wasser schon. Jetzt soll ich sie mal nicht so rausbreiten, weil, kipp mal, da ist der Dokian schön. Ganz schön tief schon. Okay. Saatgutsstreuer. Hm. Altengenerator. Ach, hier. Der Nummer zwei ist das hier. Aber dazu brauch ich Dünger. Dünger müsst ihr auch mal gucken, wie wir das überhaupt herstellen. Ähm. Der macht ein Bio 2,7. Ey, der macht ja gar nichts hier. Guck mal, der ist ja richtig immer für den Arsch. Ey, ich brauche die zweiten, ne? 2,7. Ja, ne, das ist... So, da brauche ich... Also, was brauche ich dafür alles? Also, wenn ich den abbaue, brauche ich... Kriege ich Magnesium und... Ah, hier. Superlegierung. Okay. Ich würde es ja abbauen. Aber ich brauche dafür kein... Hier brauche ich ja einen Lürmersamen. Hier brauche ich nur Dünger. Dünger habe ich... Einmal. Okay. Komm, lass es mal abbauen da hinten. Und dann gucken wir mal, wie wir Dünger nochmal herstellen. Und dann gucken wir da mal zu. So, du mal weg, du kleine Ding. Und jetzt kommt hier ja die... Das Edel. Boah. Oh, das sieht ja auch modern aus. Das sieht ja mal richtig modern aus. Ist der auch schneller als der andere? Nö, aber es sieht trotzdem modern. Eigentlich sieht es nicht modern aus. Hat nur zwei so eine Teile. Ja, macht aber ein bisschen mehr. Deswegen... Ich baue das mal alles hier ab. Nicht, weil ich die Lürmersamen brauche. Sondern einfach, weil es sonst wahrscheinlich gar kein Sinn macht. So, und für den brauche ich immer nur Dünger. Dann gehen wir gleich mal gucken, was Dünger... Wie wir Dünger herstellen. Vielleicht kümmert das ja schon so. Aber ich glaube eher nicht so. Oh, hier ist ja auch noch. Gar nicht gesehen. So, Dünger. Dafür brauche ich Algen. Ach, die kriege ich denn aus den Algen-Dings? Oder was? Schwarzpulver. Dünger. Dünger Stufe 2. Und da brauche ich wieder Aubergine, ey. Okay, Algen brauchen wir. Das ist ja eigentlich ganz gut zu wissen. Können wir hier erstmal Magnesium. Ja. Können wir so ein bisschen... Ja, ist immer der gleiche, ne? Sortieren wäre einfacher gewesen. Erstmal den Uran rein. Ich glaube Pflanzen sind wir jetzt hier. Ja, da ist voll. Ja, dann kommen die hier mit rein. Ich habe ja keine Wahl, ne? Könnte ich noch einen Stab herstellen. Dann müsste ich erstmal, glaube ich, ein paar Algen-Dinger da machen. Ich gucke mal erstmal, ob ich Algen kriege. Also, ob ich die so abbauen kann. Oder wie das Ganze funktioniert, weiß ich ja jetzt noch nicht. So, was ist hier los? Ach, von unten. Oh. 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 Ja, aber viel hier. Ha. Ja, aber gut. Wenn ich mal drei brauche für irgendwas, ne? Dann ist das irgendwo logisch. So, noch was? Nö, wa? Was brauche ich nochmal für ein Eigendings? Noch eine Aubergine. Ah, das ist ja so clever gewesen, dass ich eigentlich jetzt so ein paar Auberginen da gemacht habe, ne? War ja mal richtig clever gewesen. Aber sonst wäre er für ein Po, ne? So. Dich nehme ich mal noch mit hier. Und euch beiden hier auch. Bevor ihr euch einsam fühlt, ne? So, sonst hier da oben. Meinst du, da oben liegt was? Ey, wenn da oben was liegt, ne? Meinst du? Ich gehe mal gucken. Wenn ihr das sagt. Oder du. Na, von wegen. Hier liegt nur schon. Ich glaube, ihr wusst. Warum höre ich denn immer auf sowas? Aber lieber gucken, anstatt zu vermissen, ne? Ey, du bist da in meine... In die Schüssel, in die Salatschüssel gefallen. Ich gehe mal da voll mittendrin, aber dreht sich nicht mit. Wäre ja viel lustiger, wenn es nicht mitdrehen würde. So, ich lasse mich schon wieder ablenken. Von irgendwas. So, die sind noch nicht fertig, aber 94, 94, das sieht aus wie gleich. Oh, ich müsste erst mal was essen. So. Wollen wir mal wieder voll? Wie seid ihr denn hier? Ah, fast fertig. Aber auberginen habe ich da eigentlich, oder? Ne, gar nicht. 100. Ja, mach. Kipp her. So, das siehst du, Aubergine, Aubergine. Und dann brauche ich Bio, Klumpfstopfen und ne Superlegion. Malesium habe ich. Äh. So, zack, zack. Und Bio. Zack, zack. Jetzt könnte ich hier eigentlich, zack, 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 zack. Jo. Könnte man das hier eigentlich ballern, ne? So, und dann muss ich nur mal gucken. Die mache ich, glaube ich, hier hinten hin. Einfach so platzmäßig. Vielleicht, wenn sich das ein bisschen ausbreitet, dann vielleicht, eventuell, ist das ja besser, ne? Weiß das ja nicht. Okay. Ja, dann streit mal da ein bisschen rum. So weit weg ist es ja denn nicht. So, und dann gucken wir mal nochmal wegen Mutas Genas. Ich brauche als erstes, äh, hier, Dünger. Da brauche ich Algen, Schwefel und Aubergine. Okay, wie viel haben wir davon? Drei, sechs, neun. Richtig? Richtig. Also wir haben, stopp mal, neun, elf haben wir. Oh, das ist nicht viel. Elf. Also drei kann ich davon machen, ne? Vom Dünger. Drei. Das heißt, ihr bräuchte sechs Ober... Boah. Und ihr habt immer gesagt, hier, so viel brauche ich gar nicht davon. Habt ihr gesagt. Halt so, verstanden. Und gehört. Ihr könnt ja auch so einen Nahrungszüchter noch daneben bauen, ne? Was brauchen wir dafür? Aluminium und Eisen. Das kriegen wir hin. Aber hinten so ein bisschen gespart, ne? Aluminium, Eisen. Ach, hier ist leer. Eisen. Können wir ja hier noch was reinpallern. Hätte ich das vorher wussten, ne? Ich hab da voll auf euch vertraut, da ich das nicht so viel brauche. Und dann, jetzt hänge ich so da, ne? Mit den, mit den Kack. So, und dann eine Aubergine. Geil. Die anderen beiden müssen ja auch schon fertig sein. Wir können sich einen machen. Ist nicht viel, aber wenig. Ist natürlich auch so ein bisschen Schwachsinn, da ich wie wirklich bei jedem was kriege, ne? Hier steht ja so wahrscheinlich, was? Wachstum, Wahrscheinlichkeit ist, ach so, 100%. Ja, weil ich ein guter Anpflanzer bin, ne? Oder was? Ich glaube, ich bin hier ein super Anpflanzer und deswegen. So. Die Frage ist ja, ob war das jetzt hier so? Ihr müsst ja eigentlich den super Dünger bauen. Da brauche ich ja das dazu. Aha, aha. Ich geh mal kurz hier gucken. Hier ist noch ein bisschen was runtergefallen. Was jetzt hier alle zu ist. Gleich wie ohne Ende Wasser. Mike. So, was haben wir hier denn in der Kiste? Oh, Bio-Doom 2. Ich nehm mal erstmal nur das Eisen mit. Irgendwie, ich würde den ersten wieder voll machen, ne? Der Bio-Doom 2. Oh, jetzt haben wir ja langsam mal ein Platzproblem, ne? Bio-Doom 1 ist ja denn schon mal so ein bisschen klein geraten, eigentlich. Sag mal, wenn ich jetzt hier... Ich sag mal, eine Kiste hinmache mit Pflanzen. Nee, da hat man gar keinen drin, oder? Nee, da hat man keinen drin. Wie groß ist denn der Bio-Doom 2? Ach, du heiliges Ding. Guck mal, Sauerstoff. Der macht ja... Nischt. 100. Und der macht 1000. Biomasse. 11 pro Sekunde. Der macht ja gar keine Biomasse. Dafür brauchen wir... Oh, Bakterienprobe. Aber sonst ist das gar nicht so teuer. Die Frage ist... Vom Platz her... Oh, jetzt kommt er gar nicht klar. Jetzt heißt es kaputt jemand, glaube ich. Oh, was ist denn jetzt los hier? Jetzt geht es wieder. Die Frage ist ja, wenn ich hier... Ich könnte ja nach hier noch komplett ausbauen, das Ganze. Die könnt ihr umstellen. Und dann werdet eigentlich denn so ein bisschen schon wieder cooler. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bevor es jetzt hier irgendwie komplett wegkackt. Manchmal geht's? Ich weiß nicht weiter. Guck ich mir an. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.